Bei Promi Big Brother sorgt Moderatorin Marlene Lufen gemeinsam mit Kollege Jochen Schropp für beste Unterhaltung und bezaubert täglich mit neuen Looks, wie zuletzt im langen Abendkleid mit One-Shoulder-Träger. Das gemusterte Dress hat jedoch seine Tücken, und zwar freie Sicht auf die Oberarme. Eine Problemzone, um die sich die meisten Frauen Sorgen machen. Bei der kleinsten Bewegung sagen die Winkeärmchen, hallo, hier bin ich. Auch wenn Marlene einen Mega-Body hat und wir noch nie Winkeärmchen bei ihr erspäht haben, hat die 49-Jährige einen cleveren Trick, um diese Partie zu straffen. Kurz vor der Show sportet sie noch im sexy Abendkleid in ihrer Garderobe und sagt den Winkeärmchen den Kampf an. Mein tiefer Trick, wenn ich etwas Abendfreies anhabe, damit man diese scheiß Unterarmen-Winkeärmchen nicht hat, mache ich kurz vor der Sendung, wenn ich dafür Zeit habe. Ob es nun an den Übungen liegt oder nicht, ihr Auftritt im schicken Abendkleid wird ein voller Erfolg. Und der Frühstücksfernsehen-Star verleiht dem TV-Container eine ordentliche Prise Glamour. Und der Frühstücks attack ein Problem aus der